Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Das, was nicht passieren sollte, ist passiert. Ihr Lease Coach, 29, sucht zwischen einigen vergebenen Männern bei Make Love, Fake Love aktuell nach ihrem Mr. Right. Vor allem Yannick Contales und Max Bornmann scheinen gute Chancen auf diesen Titel zu haben. Während der Influencer jedoch eher vorsichtiger an die Sache rangeht, macht sein Kontrahent genau das Gegenteil. Problem, der Hottie hat eine Freundin. Und genau die musste mit ansehen, wie ihr Partner Yeliz befummelte, zu viel für Luisa. In der aktuellen Make Love, Fake Love Folge verbringen Max und Yeliz die Nacht zusammen. Und unter der Bettdecke geht es heiß her, es sieht so aus, als ob der Barista die Kampf der Realitistars Bekanntheit tatsächlich fingert. Vielen Dank für's Zuschauen, vielen Dank für's Zuschauen, vielen Dank.